Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist halt wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, wir spielen heute eine Runde Murder Mystery, a.k.a. Epic ist Mörder und Kata ist unschuldig. Ja. Hey, das stimmt gar nicht. Das ist der neue Jingle von uns. Du bist jedes Mal Mörder, Kata. Das weißt du ganz genau. Und ich bin immer unschuldig und es geht los. Und Kata. Es gibt eine neue Halloween Map. Oh, ich hoffe, die kommt ran. Oh, das wäre cool, aber ich glaube, das hier ist nicht die neue Halloween Map. Ach, Mann. Aber die ist auch wirklich richtig cool und hoffentlich werde ich Mörder. Da kann ich dich wegschnetzeln. Ich werde bestimmt Mörder. Ich werde nie Mörder. Hey, du bist jedes Mal Mörder. Nein. Doch, ich bin unschuldig. Ach, ich dachte, ich werde Mörder. Du bist bestimmt Mörder. Nein, wirklich nicht. Hundertprozentig nicht. Doch. Ich sammle jetzt fleißig mein Gold, habe dann einen schönen Pfeil und Bogen und kann dann den Mörder richtig schön wegschnetzeln, wenn der kommt. Kata, du bist Mörder. Hallo. Oh Gott. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Oh Gottchen. Was ist denn hier los? Da liegen wir. Warum sind die nebeneinander? Warum der hat uns als erstes weggestürzelt? Beide. Oh, das stimmt. Das ist eine fiese, miese Sache. Das gibt Drache. Ich bin unsteunig. Du bist detektiv? Ja. Oh, das ist ja cool. Wirklich? Hm, ich habe richtig viel Klick und ich kann den bösen Mörder wegschnetzeln. Da hinten bist du. Kata, ich komme zu dir. Oh, das Gold, das Gold, das Gold. Ich stelle mich jetzt hier schön in die Ecke und dann sieht mich auch keiner, hoffentlich. Und dann? Dann kann ich den Mörder wegschnetzeln. Sei mal meine Falle. Zeig mal deinen Bogen erst mal. Oh, okay. Du bist wirklich Detektiv. Zeig mal dein Schwertchen. Das ist kein Schwertchen. Boah, habe ich mich erschreckt. Okay, warte mal. Nein, mein Gold. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Angst, dass hier einer der Mörder ist. Oh Gott. Warum holst du kein Gold? Ich hole Gold. Ja, jetzt erst. Ja, ich habe dich gerade mit Stäbeln abgeworfen. Ich verfolge dich auf jeden Fall. Ich traue dir überhaupt nicht. Katja, ich bin wirklich unschuldig. Mhm. So 100 Prozent. Na gut. Und hab das Gold. Bitte Gold für mich. Und zack. Hm, okay, okay. Wir müssen jetzt zusammen den Mörder finden. Oh, ich habe so eine Angst. Warum? Vom Mörder. Ja, aber du hast einen Bogen. Ich habe erst 5 Gold. Wer könnte das hier sein? Es wurde noch keiner weggeschnitzelt. Echt noch gar keiner. Oder? Hm, ich glaube, du bist der Mörder. Ich bin doch Detektiv. Hast du doch gesehen. Hm. Okay, dann glaube ich. Ich weiß nicht, wer der Mörder ist. Ah, Mann. Du bist der Mörder. Nein, ich bin wirklich nicht der Mörder. Doch, du bist der Mörder. Nein, ich bin es wirklich nicht. Epic ist der Mörder. Ich schnitzel dich weg. Ja, leider, nein. Ich bin nicht der Mörder. Ich habe dich gesehen. Nein, komm in meinen Pfeil. Nein. Alter, nein, 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 nein. Ich weiß wirklich nicht. Zu 100% nicht. Wo bist denn du? Boah. Habt ihr das gesehen? War das knapp? Vielleicht. Oh Gott. Alter, komm zu mir. Wo bist denn du? Vielleicht bin ich bei den Pferdchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe so eine Angst. Schnitzel dich weg, obwohl ich unschuldig bin. Mhm. Oh Gott. Hä, wo bist du? Ich weiß es nicht so ganz. Gott, wo bin ich? Oh oh. Oh Gott, ich habe so Angst. Da wurde jemand weggeschnetzelt. Hast du es gehört? Ja. Ich wurde weggeschnetzelt. Voll um die Ecke geschossen. Ich habe es geschafft. Ich habe dich weggeschnetzelt. Ich habe dich weggeschnetzelt. Du Mörder. Das hast du sehr gut gemacht, Katja. Danke. Ich bin Unschuldig. U-N-S-C-H-Uldig. Äh. Ja. Ja. Ja, du bist ein Mörder. Hä? Hallo. Junge. Nein. Sorry, Epic. Du musst jetzt alleine spielen. Tschüss. Wie alleine? Wie will ich alleine spielen? Bin du noch da? Ich dachte wirklich, du bist unschuldig. Bin du noch da? Hallo. Auf einmal wurde ich irgendwann weggeschnetzelt. Och Mann. Und weg. Und weg. Katja. Es sind noch keine Leute. Oh oh. Aber Moment mal. Ich muss auch noch die restlichen alle finden und wegschnetzeln. Oh, sehr nice. Es sind noch sieben Leute übrig. Das ist schwieriger, als ich es mich glaube ich... Hi. Hey, ich will dir nur einen Keks geben. Hm. Einen tödlichen Keks. Und jetzt sind noch sechs Leute übrig. Ah, ist sehr cool. Ist gerade einer da reingeplumpst? Tatsache. Oh oh. Und es geht weiter. Warte mal. Bestimmt versteckt sich hier einer in den ganzen Dschungelbäumen. Aber irgendwie... Nö. Der Geheimraum ist auch noch nicht offen. Hm. Wo sind denn alle? Hier ist auch einer. Oh. Da ist einer. Oh. Südenbogen. Nice. Hallo Leute. Ich komme jetzt. Buhuuu. Oh Gott. Das ist aber der Detektiv. Was? Es sind noch zwei übrig. Die sind bestimmt oben. Und Leute, wo seid ihr denn hier alle? Ist da unten einer? Hallo? Ich habe noch... Oh, jemand hat den Bogen aufgesammelt. Das ist natürlich nicht so gut. Oh oh. Da hinten. Bitte treff mich. Bitte treff mich. Ich habe noch vorhin. Ich sehe dich weggeschnetzelt. Ach, Mann. Ach, wie schade. Du warst ein richtig guter Mörder. Dankeschön. Ich bin unschuldig. Ich bin's eins. Detektiv. Oh, bist du wirklich ein Detektiv? Mhm. Aber ich habe noch nicht meinen Bogen. Jetzt habe ich meinen Bogen. Hallo? Ich bin hinter dir. Zeig mal deinen Bogen. Du bist wirklich ein Detektiv. Sehr nice. Wo ist der Mörder? Okay, hier ist irgendwo der Mörder. Da wurde jemand weggeschnetzelt. Bestimmt da hinten. An der Falle. An der Falle gefallen. Oh oh. Gott. Hallo? Hier ist so viel Gold. Ich habe schon sechs Gold insgesamt. Ich will den Mörder weggeschnetzeln. Aber oh. Da wurde noch jemand weggeschnetzelt. Ich glaube, oben. Kommt der runter? Ich glaube, der ist bei der Falle. Ich glaube, das hier ist der Mörder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist es der im grünen? Äh, nein. Ja, doch, 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 doch. Hat er dich weggeschnetzelt? Renn. Ich werde dann auf mich getroffen. Oh, ich kann wieder ihn abschließen. Ich glaube, er sind hinter dir, oder? Ich bin angstlich. Ich bin's angstlich. Pass bloß auf, Katja. Äh, warum gehst du die Falle auslösen? Aus Versehen. Ja. Da oben ist er nicht. Er hat was ganz... Da ist er, da ist er, da ist er. Mein Freund. Dich werde ich weggeschnetzeln. Freund? Auch ein Bogen. Was ist das denn? Oh, ich hätte fast den falschen weggeschnetzelt. Der im ganz grünen ist es. Komplett grün. Der ist so... Also nicht komplett grün, aber er hat ein grünes T-Shirt. Okay, aber ist er oben oder unten? Oh, er ist unten. Ich sehe ihn. Ich kann ihn weggeschnetzeln. Nein, ich habe einen zu kurzen Fall gehabt. Ja, ja, ja. Das ist er. Ich setze ihn weg. Ich habe ihn nicht getroffen. Pass auf. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich bin zu mir. Ich bin zu mir. Oh, ich komme, ich komme, ich komme. Warte. Pass auf, wegen der Falle. Pass auf. Er hat mich abgeworfen. Nimm meinen Bogen. Nimm meinen Bogen. Oh, er hat... Nimm meinen... Nimm den Bogen vor dem anderen. Ja. Äh. Hallo, Börder, da. Oh, er kommt... Nein, nein, nein. Oh, Gott. Die hier Leute schnetzeln ihn weg. Schnetzeln ihn weg. Oh, Gottchen. Da kommen andere. Äh, aber... Ich glaube, er lässt den Bogen nicht frei. Er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen. Hey, der hat sich einen Bogen. Das ist voll spannend. Ach, Mann. Ey, Pic, du musst ihn weggeschnetzeln. Der hat einen Bogen. Vielleicht kann er ihn weggeschnetzeln. Oh, ja. Ich habe auch einen Bogen, aber kein Pfeil. Hm. Da kommt noch einer angesiegt. Oh, oh. Oh, da... Oh, er hat sich den Bogen geholt. Schnetzeln weg. Ja. Sehr gut gemacht. Mein Bogen. Ach, wie gut. Und Moment mal, wir spielen jetzt gleich die neue Halloween Map. Oh, das stimmt. Das ist ja cool. Ich bin unschuldig. Bin auch unschuldig. Hm, ich glaube dir kein Wort. Doch, solltest du. Okay, Moment mal. Dann laufe ich hier lang. Hier ist alles so klein. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass hier der Mörder direkt neben mir ist. Oh, das stimmt. Und hier gibt es so viele coole Verstecke überall. Du kannst dich unten im Keller verstecken. Du kannst dich hier draußen verstecken. Oh, oh. Der Detektiv wurde wirklich schnetzelt. Oh, oh, oh. Hier liegt einer. Katja. Oben, oben würde ich nicht gucken. Oben würde ich nicht gucken. Ich weiß, wer hier der Mörder ist. Ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh, oh. Aber wir haben gewonnen. Das ist, das ist, so wollte ich das auch. Ich bin schon wieder, ich bin schon wieder Detektiv. Ich bin unschuldig. Wirklich. Bist du wirklich Detektiv? Ja, ja, wirklich. Wirklich, wirklich. Ja, warte. Oh, hier habe ich mir runtergefallen. Ich zeige dir meinen Detektivbogen, okay? Äh, hä? Mörder? Mörder Epic? Nein. Hallo, wo ist dein Bogen? Dich mich wegschnetzeln. Oh, du bist wirklich Detektiv. Ich bin so oft Detektiv, oder? Du bist auch wirklich richtig oft Mörder. Ich war noch nie Mörder. Hm. Naja, ich verstecke mich jetzt irgendwo. Tschüss. Okay, tschüss. Du bist Mörder. Zack, und zack. Ich bin wirklich kein Mörder. Echt nicht? Nein. Ich habe niemanden weggeschnetzelt. Mhm. Katja. Ja? Ich glaube, der Mörder ist draußen irgendwo auf der Straße. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also du. Nein, ich bin wirklich nicht der Mörder. Aber du bist doch hier lang gelaufen. Nein, ich bin doch ganz und gar nicht. Katja. Warum bist du jetzt oft Mörder? Ich bin nicht Mörder. Wie kann das denn eigentlich sein? Hey, Moment mal. Wo bist du? Wo bist du? Mörder Epic. Ich bin wirklich nicht Mörder. Nein. Als ob. Ach, Mann. Ich bin wieder hergesprungen in den Mülleil. Das ist so fies. Ich hoffe, du wirst jetzt weggeschnetzelt. Nein. Hey, ich bin nicht weggeschnetzelt. Ach, Mann. Als ob. Ich zeige dir nie wieder meinen Bogen. Nie wieder. Es tut mir leid. Und zack. Hallo, Leute. Wo seid ihr? Aber da gewinnen jetzt auch, ja. Okay, warte mal. Da oben ist einer. Schau mal, ich kriege den. Und? Oh, ich kriege den doch nicht. Er hat sich bewegt. Wo seid ihr, Leute? Hallöchen. Oh, aufpassen. Da oben ist einer. Oh, gut, gut, gut. Oh, gut. Da sind ganz viele sogar hier bei dir. Und da hinten ist auch noch einer. Und kriege ich den da oben? Hallöchen. Und? Ey, das war knapp. Ach, Mann. Okay, warte mal. Ich schnette jetzt hier hoch. Und Moment mal, Epic. Das ist ja ein richtig spannendes Spiel gerade. Oh, das stimmt. Und Moment mal. Da hinten ist einer. Oh, oh. Und es hat jemand einen Bogen aufgesammelt. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Hallöchen. Oh, pass bloß auf. Oh, Gott. Und du wirst weggeschnetzelt. Oh, sehr gut. Oh, Gott, oh, Gott. Das war richtig doll knapp. Und warte mal. Oh, oh. Da hinten ist auch einer. Und du wirst weggeschn... Oh, oh, Gott. Was? Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich habe seinen Pfeil in der Luft mit meinem Schwert getroffen. Oh, oh. Und es sind noch 1 Minute 20. Ja, ich habe ihn und ich wurde betäubt. Wo sind die letzten beiden? Oh, da hinten ist einer. Oh, oh. Ich habe ihn ganz genau gesehen. Hallöchen. Oh, ich sehe aber auch, was der hat da. Oh, oh. Da ist ein Orangen da. Ich sehe ihn ganz genau. Und? Da sind sogar beide, glaube ich. Ich habe ihn fast... Wo ist er hin? Oh, da ist er. Okay, warte, warte. Das war 60 Sekunden Zeit. Und? Nein. Oh, pass bloß auf. Oh, oh. Der eine ist oben und... Boah. Er wollte dich so betäuben. Oh, nein. Oh, Gott. Was? Ich habe einen. Okay, okay. Ich habe nur 46 Sekunden Zeit. Moment mal. Wo ist der Letzte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist der hier oben irgendwo? Oh, oh. Die Zeit wird knapp. Du hast noch 30 Sekunden Zeit. Pass bloß auf. Pass bloß auf. Da hinten ist der Letzte. Da hinten ist der Letzte. Warte, kann ich hier nach oben? Ja, ich kann hier nach oben. Oh, Gott. 24 Sekunden. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Und? Kommt der mir hier entgegen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.